Ja liebe Freunde, herzlich willkommen bei Desolate. Wir zocken zu viert. Ein Spiel, von dem wir keine Ahnung haben, wie es ist. Wir wissen es einfach nicht. Aber ihr seht schon mal richtig geil aus, Mann. Es ist... wir sehen alle irgendwie aus wie der deutsche Fritz oder so, ne? Ich weiß es nicht, das ist ganz komisch. Und du schielst. Und alles ist ganz merkwürdig. Wir fingen alle an in so getrennten Räumen und mussten eine Schlüsselkarte suchen. Curry hat die Aua gefunden. Und hör mal auf, ich meine, die Eier zu hauen, Mann. Ich verprügelt. Du hast so ne Fresse, dass ich dich verprügeln will einfach. Könnt ihr euch gegenseitig töten, Leute? Nee, ich verlieg keine Gesundheit. Hey du, was willst du? Guck dich hin. So, und das Ding ist einfach, wir sind dann alle aus so nem komischen Fahrstuhl. Sind wir hier gelandet, einfach im Nirgendwo. Wir waren in irgendwelchen Räumen, sind Fahrstuhl gefahren und landen plötzlich in der Wildnis. Das ist der schlimmste Ort der Erde, wo alles angefangen hat. Gdarnitschni oder sowas. Und der Curry ist aber einfach 1000 Meter von uns entfernt. Gdarnitschni. Hier eignen sich paranormale Dinge und Monster. Und eigentlich, so scheiße finde ich es jetzt gerade am Anfang noch nicht. Es war schon irgendwie auch gut gemacht. Nur am Anfang noch nicht, okay, ja. Nee, deswegen, aber wir gucken einfach mal. Die einzigste paranormale Aktivität ist bisher der Charakter-Editor gewesen. Soll ich mach mal? Südmordtier. Ich seh original aus wie ich, Mann. Ich weiß nicht, ob man irgendwie die Kamera erinnern kann, aber... Hä, Erik, das sieht voll lustig aus, wie du läufst. Ja, hier kann man, hier liegen so Kisten rum und... Ich glaub, da ist der Curry! Curry! Hey Leute! Na? Dein Name ist einfach voll verschwommen, Alter. Ja, deine auch. Das ist alles so, alles sehr komisch. Curry, das sieht wirklich aus. Hey, Pan und Tobi sind Zwillinge. Ja, das ist echt so, ne? Hey, Pan! Krüsch dich, Pan! Ja, ich hab keine Ahnung, was wir jetzt... Oh, guck mal hier oben! Was ist denn da vorne? Warte mal. Da leuchtet irgendwas. Oh, guck mal hier. Wenn man hier Steine gegenwirft, dann... Ein Kraftfeld. Wie kann man denn Steine werfen? Oh! Oh! Ich glaub, das ist nicht gut. Oh mein Gott, Pan kommt zurück! Kommt zurück! Was ist das? Oh! Das ist ja nicht gut! Das ist aber nicht so nett. Okay. Also ich glaube... Also ich glaube, wir müssen was zu Essen finden, wenn ich das unten richtig deute. Was zu Treten finden, nur noch irgendwie... Runter mit den Steuern! Ihr fahrscht uns doch alle nur! Scheiß Burger! Scheiß Burger! Alter, hat der schon fetten Hammer irgendwo her! Was, ich? Raus aus meinem Laden! Die gab's aber am Anfang an einem Lagerfeuer. Wart ihr nicht auch beim Lagerfeuer? Nein! Du warst, du hast... Nein! Wir sind irgendwo gespawnt. Was ist das denn hier? Ja, also wie gesagt, wir müssen den Leuchtturm finden im Sektor F8. Mit M könnt ihr mal gucken. Also ihr müsst den ganzen Weg, den ich gekommen bin, nochmal doppelt laufen. Den müssen wir nochmal laufen. Okay, aber es sieht schon gar nicht mal so schlecht aus irgendwie. Also bitte, falls ihr heute überlegt, hm, geb ich einen Daumen hoch, geb ich einen Daumen runter. Da geht jemand! Ich hab jemanden gefunden! Bitte bewertet nicht das Spiel, sondern unsere Bereitschaft dafür, euch selbstlos neue Spiele vorzustellen. Ey, Erik, das ist ein Zombie, pass auf! Das sind die Zombiepenner. Oh! Ja, ja, ja. Die sind sehr gefährlich. Aber der weint! Okay. Tobi, lass dir mal verprügeln gehen. Komm mit, Alter! Iiii! 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 Ich muss da ganz kurz nochmal die... Ich konnte mir die alle nicht merken. Warte mal. Ich guck mal den Kühlschrank greifen. Ich hab einen Fliegenpilz gefunden. Curry, komm mal her. Ich hoffe nicht, dass das eine Wassertextur sein soll. Bleib mal stehen! Bleib mal stehen, Curry! Ja, gib's mir! Ah! Ich hab auch einen riesen Hammer für dich gemacht! Auf den Penis mit dem Holzknüppel! Geil! Monopoly-Mensch! Oh, geil! Nenn mich bitte Wilhelm! Tobi, hast du auch schon eine Waffe? Ich hab noch... Nee, ich hab noch keine Waffe, nee. Achso! Erik, wo hast du deine her? Äh, hab ich in der Kiste gefunden gerade. Kleine Pistole, Tobi. Soll ich dir die mal zeigen? Nein, Curry, bitte. Lol! Er hat schon eine Pistole oder was? Aber die hab ich in einem Grog gefunden. Oder wie der heißt. Hä? Ich hab ein Lämpchen. Oh Gott. In den Gronkh hast du die gefunden? Oh, nix drin. Warte, ey! Nicht auf sein, Tobi! Das ist gefährlich da draußen! Ich will auch was finden. Es ist gefährlich! Komm zurück! Das Wasser sieht cool aus. Das ist zugefroren. Okay, das soll zugefroren sein. Alles klar. Ey, Tobi. Das ist ja geil. Alter, der hat ne Marieter, ey, Tobi! Komm rein, Tobi! Oh, wo? Boah, lass ihn verprügeln. Komm, Tobi! Ey, du Opfer! Was ist los mit dir? Boah, er ist einfach wohl gefickt, Mann! Wo seid ihr denn los, ihr Messer? Hier oben sind die jetzt. Ihr könnt das auf der Karte... Ihr seht das... Ja, ja, ich komm schon. Ich mach uns Filet draus, warte. Ich mach auch mit, Warte, komm! Schlitzelklopfen! Schlitzelklopfen! Das ist meine Mutter! Oh geil, warte! Was macht ihr? Ist das deine Mutter, Erik? Der Tobi kommt schon in die Halle. So, weiter geht's! Kann ich das Rasiermesser jetzt benutzen? Kann ich mich damit rasieren, Alter? Sag mal, hast du... Ach ja, du hast deine Waffe. Tobi hat jetzt auch eine Waffe? Scheiße, ey. Pan, warte mal. Wir finden eine, wir finden eine. Pan, komm mal her. Nee, ich brauch Heilung tatsächlich. Ja, komm mal her. Ja, das finden wir, das finden wir. Warte, warte, warte. Soll wir vielleicht erst in Richtung Leuchtturm laufen, dass wir da vielleicht ein bisschen Sachen finden? Kann ich. Konserven, Mann. Das brauchst du selber zum Essen, ne? Nee, ich hab noch alles voll, also alles gut. Ah, okay, super, danke. Oh, die Waffen gehen kaputt übrigens, ne? Ja, das stimmt, ja. Mein Stock hält leider nur ganz kurz. Oh, da kann man sich hier in das Auto nicht reinsetzen, das wär voll geil. Also nutze ich echt den Punkt noch ein bisschen anzumachen, weil eigentlich ist das ganz cool. Ist das nicht der neue Tesla hier? Ja, der erste ist im Weltraum, ja. Ja. Äh, wir sollen einen Leuchtturm finden, ne? Ja, der ist ein bisschen weiter weg, der ist 600 Meter weiter weg. Also, los, jungen Mädel. Ah, klar. Marschiert voran. Ändert so ein bisschen, so ein bisschen Left4Dat-mäßig mit Daisy ein bisschen, irgendwie so mit dem Survival-Aspekt, ne? Ja. Oh, Left4Dat war legendär. Also es ist, man muss dazu sagen, es ist ein privater Server, wo halt wir jetzt als Team hier... Ah, ah. Tobi! Tobi, komm! Tobi, komm! Tobi, komm mit! Tobi, komm! Tobi, komm! Spaghetti! Hab ihr's gut! Tobi, komm! Da hinten ist auch noch einer. Level wurde erhöht. Fähigkeitspunkt erhalten. Loll! Geil! Voll geil! Cool! Sollen wir hier... Waren nicht weglaufen! Na, du bist gefährlich, ja! Was? Vorsicht, jetzt sind Zugleise und da hinten sind wieder diese komischen Elektro-Dinger da. Ja... Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Es fährt ein Zug... Ne, ich wollt vielleicht looten irgendwie hier. Was denn? Was willst du looten? Äh, Heilung und Waffe. Oh, da ist ein Zombie! Da ist ein Zombi! Äh, ne, das ist der Erik, oder? Was? Oh mein Gott, Tobinator! Tobinator, oh mein Gott! Ich hab nen fetten Namen über meinem Kopf. Ja, ich hab den nicht so richtig gelesen. Oh, hier ist... Hier ist Sperma! Vorsicht! Was? Äh, Leute! Ja, ihr? Mach mal bitte. Aber lasst die Kamera bitte wegschauen, wir sind hier nicht bei Logan Paul. Ähm... Ähm... Was ist denn hier? Schaschlik! Ähm... Halt, ich kann mal wackeln! Ähm... Ihhh! 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 Warte mal! Pinata! Da ist ne Puppe! Oh, ich glaub, der hat keinen Bock mehr gehabt irgendwie. Obwohl, den hat den da... Tobi, was hast du denn? Habt ihr das gerade gehört? Ich hab so'n... Gehört. Ähm... Hey, hier ist ne Energiezeite! Ähm... Was denn, Curry? Ist das... ist... wo ist denn das? Hier ist irgendwie so'n komisches... Ne, das war so'n Klon, oder? Kann das sein? Was denn? Das gefällt mir nicht, das Knurren. Ach, warte mal, warte mal. Hier, hier kann man die Energiezelle reinpacken. Warte mal. Was? Wo, wo, wo? Was passiert dann? Da lässt du den Hund frei drogen. Also, das erste Mal. Wir, wir, wir spielen das gerade... Ja, ja, das... Ja, ja, klar. Achtung, ich mach... Ich mach die... Ich mach die Energiezelle mal an den Generator. Mal gucken, was passiert. Ja. Oh, da kommt jetzt. Und jetzt? Ja, und jetzt? Was ist das jetzt hier? So ne Aktivierung, oder was? Ich hab keine... Hier drinnen war doch ein Schalter, ne? Achso, du, ich suchst gerade die Holzkiste. Mach mal Schalter an. Ne doch nicht, da sind die Kabel abgetrennt. Ja, warte mal, aber das führt ja hier irgendwie rein, oder? Ja. Ah, okay. Tür ist zu auf jeden Fall, warte mal. Wollen wir auch nicht aufmachen? Hä? Holz-Lkw mitnehmen. Das geht auch nix. Was ist das denn für ein Scheiß? Was bringt das jetzt? Strange, strange. Ist hier vielleicht nass? Also Generator habt ihr angeschaltet, weil ich hab hier irgendwie so ein Pult, aber das macht nichts, glaube ich. Hier ist was in der Holzkiste drin, aber ich kann es da nicht rausnehmen. So ein Ventilator. Doppelklick, doppelklick. Hab ich gemacht, hab ich gemacht, hab ich gemacht. Wo bist du denn? Da, guck mal da rein. Ne, ne mach ruhig, mach ruhig. Bei mir ist nix drin. Bei mir ist hier leer. Hä? Ist sie vielleicht nicht aufgeladen, Tobi, die Energiezelle? Kann das sein? Ich hab keine Ahnung, ob das... Ob das das gibt hier? Ich weiß es nicht. Hm. Ob es das gibt, weiß ich nicht. Was ist das hier? Boah. Was ist das? Also wir sollen ja sowieso eigentlich den Leuchtturm... Was ist das? Was denn? Hm? Ist so, ich darf ja grad... Das wär ein Zug, ich hör nur so... Das wär voll geil. Oh, eine Schere. Pan, hier ist ne Waffe. Ich bring die dir mit. Ja, wo? Oh. Komm mal her. Wo bist du? Hier, hey, ich bin doch hinter ihr. Ich bin doch hinter ihr. Ich bin doch hinter der Tobi, Entschuldigung. Ich versuche mich hier voll auf das Spiel einzusetzen. So, warte mal. Hier, zack. Oh, geil, danke schön. Frau Rohrzange. Hä? Sie hören die Radiostation, die letzte Zuflucht. Was? Auf der Insel ist alles ruhig. Viel Glück Ihnen. Toll, danke. Super. Na, ich hab grad nur miau, miau, bau. Hey, das hab ich nicht gehört. Ich auch nicht. Was sind denn hier, wo bubbelt? Na komm, lass mal weitergehen. Ich glaub, hier ist nichts mehr. So, wo seid ihr? Wo seid ihr? Wo seid ihr? Ich bin hier vor der Straße von dem, von dem Häuschen da. Na klar. Wie kann ich denn, ähm, wie kann ich die Waffen wechseln? Es ist dunkel geworden, Leute. Ich wollt grad sagen, guck mal bitte hier in diesen Wald rein. Oh mein Gott. Jetzt hab ich Angst. Wie kann ich denn die Waffen wechseln? Mit Mausrad einfach. Oh Gott. Macht mal bitte eure Taschenlampe aus. Warum? Und guckt hinter uns in den Wald. Alter. Also hier unten hin. Die roten Lichter da hinten, oder was? Andere Richtung, Erik. Hier unten rein. Das sind I-Würmchen, Tobi. Ja, könnte sein. Oder wieder irgendwas, irgendwas Böses. Erstmal Stein werfen. Ich werf auch. Ich hab meine Waffe verloren. Verpasst euch, ihr Geister. Hä? 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 Ich hab die, ich hab die Zähne genommen und dann war die, dann war die scheiß Waffe einfach... Ja, dann musst du wahrscheinlich, dann muss die wahrscheinlich... Dink mal die 1. Wo hast du die her, äh, Pan? Ja? Ne, immer noch nicht. Na mach mal I und guck mal ob das, ob die Waffe da noch ist. Ähm, da kommt was angelaufen, Leute, hinter uns. Ähm, da guck mal Josef. Was? Was? Ich werd die auch nicht los. Wie kann ich diese scheiß verfickte Energiezelle loswerden? Paul, was hast du getan? Ich krieg die nicht aus meiner Hand. Nägel, kleine Box mit Schrock. Hä, ich hab ne Bohrmaschine gefunden. Transformator. Geil, ich hab ne Holz-LKW gefunden. Ich hab Schokolade gefunden. Tauschen wir Schokolade gegen Bohrmaschine? Nö, nö. Ohne Scheiß, die hat sich was festgebackt. Weil ich kann nichts mehr aufnehmen. Und ich kann das auch nicht mehr wegmachen. Wo hast du das denn her? Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier was buggy ist. Warte mal, warte mal. Jetzt kann ich wieder was nehmen. Oh, gut. Im Inventar musst du das eigentlich einfach nur wegwerfen. Nee, ging nicht. Die war auch nicht im Inventar drin. Und wie hast du die wegbekommen? Ich bin hier vorne hin. Seite. Und hab auf diesen Kasten hier gedrückt. Okay. Hier vorne ist so ein Kasten und da hab ich doch... Hast du auch ne Energiezelle genommen? Ich hab die halt jetzt hier rein getan. Aber die ist das von Tobi. Okay, wollen wir weiter dann? Wollen wir dann in Richtung... Oh mein Gott, da ist schon einer. Oh mein Gott. Das war meine Pistole, Entschuldigung. Da vorne müsste der Erik sein, oder? Ja. Erik? Oh mein Gott, der steht da in der Dunkelheit. Wir müssen ihn retten, Tobi. Verpiss dich! Vor die Bremsstreifen. Vorsicht, hier nicht reinlaufen, ne? Hier links. Ja, das sind Flatulenzen von Pandoria. Dankeschön. Diese Gase, diese Nästlichen. Da hinten ist der Leuchtturm. Seht ihr das Licht? Da ist das Licht. Da ist das Licht. Vorsicht, Latulenzen. Was machst du? Bitte! Vorsicht, hier sind wir da. Vorsicht, Vorsicht. Dobi, bleib hinter mir, ich hab dich, Mann. Oh mein Gott! Hey, was ist das hier? Der Dork! Nein, der Arme! Es ist der Vorwächter! Schlüsselmeister! Schlüsselmeister! Guck mal, der hat ein menschliches Gesicht! Ja, jetzt nicht mehr. Ich würde sagen, jetzt nicht mehr. Die Mission erfolgreich beendet. Hat ihm jetzt nicht groß genützt? Ähm... Hä, Tobi! Was machst du mit dir? Ist du vorgelaufen? Wir haben ihn, Herr Klummen! Wir haben ihn gefangen! Können wir ihn vielleicht aufschlitzen und essen oder so? Ja, Tobi, alles klar. Vielleicht ist er warm, vielleicht kann man sich einbuddeln. Guck mal, Herr Nick! Herr Nick, guck mal hier drüben! Warte, wo bist du denn? Lustig. Ich liege neben dir nach unten. Wo ist jetzt der Witz, verstehe ich nicht. War das jetzt wegen den roten Augen oder was? Vielleicht. Ja, aber wirklich viel. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht! Ähm, wo ist der Leuchtturm? Warte mal, müssen wir hier rum? Oder wie, oder was? Vorsicht, Leute! Da kommt was! Wo, wo, wo? Warte, warte, warte. Dork! Hä? Alter! Oh, das arme Ding! Wenn er zu böse ist, ey! Ich verstehe noch nicht genau den Sinn. Wir spielen halt hier ne Story, ne? Ja, 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 ja. Tobi geht. Okay, Erik geht voraus. Oh mein Gott, Vogel, Vogel! Alle wegmachen, alle tonen, alle wegklatschen! Vogel, Vogel! Alles, was sich bewegt! Oh, da leuchtet was, Vorsicht! Tornado! Ist das wirklich Tornado, oder? Südstrandkino! Ich will auch! Juhu! Oh, egal! Das tut voll weh, macht das nicht! Nee! Gut, dann geh ich mal außen hoch! Boah, Alter! Springen ist auch geil! Funktioniert gut hier! Oh, hier ist ne Karte, hier ist ne Karte! Oh mein Gott! Ja, wir haben aber auch ne Karte auf M! Rohrpost! Das ist, glaub ich, schon die aufgedeckte Karte! Oh mein Gott, hab ich mich erschrocken! Entschuldigung! Alter, Tobi, weg deinen fetten Arsch aus der Tür! Geil, hier kann man völlig guten Sachen looten! Was? Südstrandkino? Ist hier ein Kino? Soll ich suche nen Sack? Cool! Oh! Wo ist das denn? Wo ist das denn? Ich will ins Kino! Hier draußen, glaub ich, ne? So ein Autokino! Hallo! Ja, Mann! Hier, komm, lass uns nen Film gucken! Ja! Oh, wir hatten die Energiez... Hat jemand noch die Energiezelle? Wir hatten noch vor ne Energiezelle, ne? Jemand hat da eine dabei... Ach, cool! Kann man da mit irgendwas... Vorsicht, nicht reinlaufen! Tobi, Vorsicht! Oh Gott, Tobi! Phobi! Ja, das ist voll unrealistisch! Phobi! Was ist das denn für ein Film? Buh! Buh! Weg von der Leinwand! Buh! 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 Hilfe, der will den Film nicht gucken! Das war ne Freunde, du! Höh! Der Verrückte! Ach! Ich nehm alles mit! Kommen wir hier rein! Kisten! Ah cool! Schaufel! Mhmm! Uuuuuh! Aua! Was soll das? Tobi, du bist aggressiv! Oh mein Gott, Tobi! Hä, Tobi, was ist das? Tobi, ist Traitor! Tobi, ist Traitor! Dildo, Dildo! Tobi, ist Traitor! Das ist die Baumaschine! Oh, cool! Alter, nice! Was hat denn hier unten gewesen? Kommt man da nicht rein, Erik? Nein, nein, Tobi! Guck mal, ob die Tür auf geht, Erik! Oh, hier ist ein Korrekker! Erik, guck mal, die Tür auf geht! Oh mein Gott, Mann! Erik! Guck mal, ob die Tür auf geht! Tobi, auch ab, Mann! Es ist die Kacke, Oma! Hä, was ist jetzt los? Hä, was ist jetzt los? Tobi, geht? Hä, was denn? Kiff dir! Mit kein Ticket! Boah, der Tobi, alter, Kopfschuss! Was ist das hier, wo die Steine sind voll eklig aus? Ihhh, das ist aus die Alienköpfe! Ihhh! Ja, so ein bisschen! Hä, Ihhh! Uhhh! Was, hört ihr das? Uhhh! Uhhh! Hi! Pan, pass auf, hinter dir! Watt, wo? Ich seh den Leuchtturm! Ich seh den Leuchtturm! Alles klar! Und hier ist so ein bisschen Atomstrom! Nice! Tschüss Pan! Gute, saubere Energie! Ach, Tobi! Tobi, wo bist du? Tobi! Tobi! Tobi ist tot! Tobi ist tot! Was denn? Da oben ist Tobi! Was ist das denn? Wir müssen Tobi retten! Tobi, was denn? Hier war grad irgendwie so eine kleine Hexe oder sowas. Was? Eine kleine Hexe? So eine kleine dicke, fette Hexe! Was? Was? Hier war die grad, das war so eine Anomalie. Hey, war das die aus Widget? Nee, die sah, ja die sah komisch aus auf jeden Fall. Ich frag mich, kann man hier überall Energiezellen einfügen oder paar Seiten? Wahrscheinlich war es schon wirklich interessiert. Ja, ich weiß es nicht. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Alter, hab ich mich erschrocken! Oh mein Gott! Bestes Spiel ever! Oh mein Gott! Warum? Oh mein Gott! Okay, können wir das weiterspielen? Du bist ein Zeier-Lubi, als bist du auf jeden Fall scheiße. Du bist meine Kacke! Alter, hab ich mich grad erschrocken! Oh Gott! Oh! Vor allem so voll random einfach! Alter, vor allem alle so zusammen! Boah, ich hoffe, die taucht hier nicht auf. Kann man den Fernseher machen? Tobi, bleib bei uns bitte! Ich will nicht, dass du gefressen wirst von der! Ich hab Kräuter, ich hab Kräuter gefunden! Vielleicht kann ich mir einen bauen! Mit deinem Mundschnauzer! Ich hab Kräuter gefunden! Oh, ich hab ne Pfanne! Ist ganz schön! Radioapparat! Kann ich mal Ping-Pong spielen oder was? Jaaa! Alter, da oben ist noch ein Haus! Lass uns da hin! Da ist die Hexe! Bestimmt! Ähm, sollten wir langsam was essen vielleicht? Ja, aber wie hielt ich denn Sachen auf? Nur mit Verband oder was? Ich glaub, die Lebensenergie mit Schnaps kann man sich hier... Warte mal, ich ess mal einen Apfel! Äh... Nein, nicht weg! Die sind Kippen im Medikamentenkasten! Wie genau macht man das denn mit den Benutzen? Eh! Oh cool, ich hab ne Gaslampe gefunden! Hey, warum geht das Essen davon? Warum, warum... hä? Alles klar, ich hab ne Banane gegessen, aber das hilft nicht viel, glaub ich! Ich hab ein bisschen... Ja, Mann! Wir sind safe, Mann! Ähm... Ähm... Ich kann jetzt Mehl aus Karotten machen! Was? Echt? Wä? Was ist das? Oh! Ich komm immer zu spät! Ich bin fast tot! Ich bin fast tot! Dann brauchst du Medikamentenkasten! Ist das hier ein Erste-Hilfe-Koffer? Ich such gerade auch schon die ganze Zeit Erste-Hilfe-Zeug! Äh... Warte mal, ich hab ein Köfferchen, aber ich weiß nicht... Ich hab mein Plakat gefunden! Ey, was denn Tobi? Perlgraupen! Geil! Was ist das? Geil, Tobi! Danke, Mann! Ey, Tobi, rettet mir das Leben! Geil! Nice! Was ist im Herd drinne? Was haben wir hier? Boah, geil, Tobi, Mann! Echt geil! Boah, hier hat die alte Frau gewohnt und ihr beraubt die einfach! Was ist das denn hier? Was sieht ihr? Plakat! Ich hab dir was im Herd gelassen, noch was zu essen! Du auch Plakat! Füll! Im Herd? Jetzt bin ich mal gespannt! Oh, geil! Davon hab ich auch drei! Hier könnt ihr, glaub ich, eure Wasserflaschen auffüllen! Oh, was? Ja! Ich will das Plakat angucken! Trink mal Wasser! Ich hab meine Wasserflaschen! Da kommt man nicht rein! Guck mal, Curry ist zu fett! Aber ich hab keine Wasserflaschen mehr! Schränkchen! Essen, Medikament! Ja, passt schon! Passt schon! Das coole ist, jetzt kommt keiner mehr raus! Nein! Das ist vorbei! Jetzt kommt keiner mehr raus! Spiel ist vorbei! Spiel endet, ciao! Geil! Wo kann man seine Wasserflasche auffüllen? Hier beim Waschbecken! Also ich dachte ja hier vorne, aber irgendwie klappt das nicht! Meine Wasserflasche ist jetzt weg, als ich die benutzt hab! Oh! Wo nochmal eben? Ne, die ist wieder da! Okay! Wie kann man denn was trinken? Ach! Ist das die unten, die Wasserflasche? Ne! Hey! Gibt's voll viel Zeug einfach überall! Es ist nicht egal! Mann, es zieht wieder Leben ab, ey! Ist so doof! Was zieht Leben ab? Ich glaub das Wasser muss man dann auch aufkochen und sowas! Oh ja, ich seh grad! Ja! Ja! Okay! Ist aber nicht schlecht! Das heißt, es muss ja nichts Schlechtes sein! Ne! Das Problem ist nur, wir wissen noch nicht genau wie man auffüllt und bla bla bla! Ja! Ja! Vielleicht! Wo bist du? Nein! Hör auf! Oh geil! Was ist das denn hier? Kekse! Hier gibt's Kekse! Oh geil! Ciao Erik! Wie kommt der Tobi schon auf? Ähm! Tschüss Erik! Was ist da? Ich geh wieder! Nein! Ich geh! Lass mich runter mit! Da liegt ja was! Der Erik! Der Erik war das! Ich hab's gesehen! Ich hab ein Fotoapparat gefunden! Kann ich den benutzen? Kann ich Fotos? Okay, das wäre ja geil! Ich glaube nicht! Warte mal! Kann ich? Ja! Ein Telefonhörer! Warum kann ich das alles mit... Ah! Neues Rezept anleeren! Chips! Ähm! Ich kann den auseinander bauen! Aber mit bestimmten... Werkzeug! Hä? Du kannst dir so viel Sachen mitnehmen! Ja! Das ist echt krass! Ah! Ah! Was ist das? Ah! Tobi! Was ist da wieder los? Mach die kaputt! Oh geil! Fähigkeitspunkte erhalten, wo ich gar nicht gemacht habe! Curry und Pan hause ich erst mal gegenseitig! Ah! Was war das gerade? Oh! Es wurde auf einmal so hell! Werkzeugkiste! Oh ne! Es ist dunkel! Was Kekse Leute? Ich hab Kekse! Hey guck mal der vibriert Curry! Ne willst du keine... Will kein... Jemand Kekse? Ok ich ess jetzt! Hab die Kekse gegessen! Hat jemand in Medikamentenkästen was gefunden? Ne! Ich hab leider auch noch nix! Ich kann euch verban... Oh! Ich hab zwei verbannt! Was war das? Ja das wäre super! Was war das? Habt ihr das gerade gehört? Hör was ist das? Du kannst auch so... Dibrabrabrabrabbrabbl! Ja? HAAH! HAAH! Die Oma schon wieder! Hier vom Haus! Alter! Ohhh! Oh Gott! Lass sie mal töten! Tobi kannst du mir einverband? Ja dann liegt hier vorne da wo Eric gerade ist! Ah! Super! Danke schön! Oh mein Gott! Warte! Alter! Alter. Alter. Voll geil. Voll geil. Dankeschön nochmal. Da rechnet doch keiner mit. Weil überall Zeug, ne? Ich hab Keks schon gebacken. Ja, wollen wir langsam vielleicht zum Leuchtturm? Ja, langsam zum Leuchtturm. Weil ich glaub der Hunger, das mit dem Hunger wird glaub ich noch krass, oder? Ja, das stimmt. Ist schon interessant eigentlich. Wartet auf mich, wartet. Da unten ist irgendwas komisches Rotes? Jaaaa, ich weiß nicht, ob ich da hingehen will. Das ist die Oma, die macht ne Gangbang-Party. Da will ich dann erst recht nicht hin. Puffmutti. Puffmutti. Ähm, vor- oh, Vorsicht, abgrund. Oh mein Gott, oh mein Gott. Wir sollten vielleicht dem Weg folgen. Ah, das rote da stört mich aber grad echt. Das ist so nah. Ähm, äh, ähm. Er geht da lieber nicht hin. Das ist glaub ich nicht so gut. Werfen einen Stein da rein. Wie viele Steine haben wir denn da? Ach, die Kinder. Wir sind immer doch alle da. Okay, jetzt ist glaub ich nichts. Wir gehen weiter, komm. Okay, wir gehen weiter. Ist einfach ne Weihnachten. Okay, paar fünf Euro, wenn du reingehst. Was? Kannst du mich machen? Die Oma will das, die Oma. Fürst das Plane? Ey, da unten ist ein Lagerfeuer, Leute. Sollen wir da gehen? Da können wir uns doch warm aufwärmen, oder? Geht das? Ja, dann gerne. Boah, Hase, das ist voll gruselig. Ja, hier oben. Unten können wir, glaub ich, einfach runterlaufen. Äh. Hier? Ne, 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 hier links. Hase. Hier. Ich weiß nicht, ob ich da runter will. Ähm. Ja, ich glaub das geht. Ne, ne, komm hier, bitte. Ja, das geht. Es geht. Es geht. Geht das? Mein Gott, diese Oma, Alter. Ich kann die nicht mehr vergessen. Ich kann nicht schlafen. Ah! Ich bin tot. Aber nicht onanieren! Ich bin tot! Was? Was, du bist tot? Pan? Ich auch, ich auch, ich auch. Was? Erik, wir müssen dir helfen. Tobi, wir müssen dir helfen, Mann. Wir sind runtergefallen. Wir haben euch. Wir können euch wieder hochholen. Keine Sorgen. Geil. Geil. Oh mein Gott, Pan. Ist das dein fucking ernst? Was muss ich denn drücken, um Erik zu... Ah, ja, okay. Einfach E gedrückt halten. Scheiße, ich brauch nicht lange. Oh mein. Ich hab keine Ahnung, was heute los ist. Denk dran, die Oma holt dich jetzt, wenn du alleine bist, ne? Voll. Dankeschön. Kann mich mal jemand abholen? Nein, ich... Ah, geil. Danke, danke, danke. So, komm nicht mal aufheizen da, Erik. Hast du dir verdient. Ja, warte. Ich guck mal ganz los, ob ich irgendwas hab, was ich... Ich hab das jetzt gar nicht ernst genommen mit... Ihr könnt uns helfen. Deswegen dachte ich, ja, ja. Hä? Ja, das war wirklich ernst. Hä? Hä, Pan hat sechs verschimmelte Äpfel dabei. Warum? Hä? Oh, sie ist die Oma. Hä? Hä? Auf einmal alles rot? Ist bei euch auch alles rot? Von Zigaretten krieg ich 20% Gesundheit mehr? Hä? Was? Nein. Endlich mal ein Spiel, wenn du jetzt gar nicht gesund bist. Ah, das kann nicht sein. Achso. Ich hab einen Toaster gefunden. Will den jemand? Nee. Hat jemand zumal jemand einen Medi-Pack oder irgendwas? Ja. Nee, leider gar nichts, ey. Echt? Ey, was, Tobi? Hä? Du hast ja alles am Start, Mann. Geil, danke, Mann. Sogar ein großes. Voll geil. Cool. Schau mal gucken, was es bringt. Ich komm jetzt. Ich bin sofort auf dem Weg. Achso, du bist ja gar nicht so weit weg. Ah, klar. Nee, nee. Gott sei Dank nicht. Dankeschön, Tobi. Gott sei Dank nicht. Bringt sogar ein ganz kleines bisschen was. Irgendwie so ein Zehntel kriegst du wieder zurück davon. Ey, wir sollten hier links runter. Leuchtturmhorst rum. Was hast du denn? Strahl 2. Was? Was? Ich hab aber viel zu euch dabei gehabt. Ey Leute, was läuft da vorne? Auf Südosten. Guck mal, da läuft eine Riesengiraffe. Was ist das denn? Hä? Curry, warte mal. Vielleicht erfahren wir das in der nächsten Folge. Seht ihr das? Wo denn? Voll krass. Da ganz hinten. Seht ihr das nicht? Ach da, ey. Was ist das denn? Mann, ich will auch. Das muss Pan sein. Ja, okay. Vielleicht in der nächsten Folge. Ja, machen wir. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Bis dann in 2 Tage 20 Uhr. Tschüss. Bye.